Ich kann nicht erwarten, dass der Tag übernommen wird. Nackert. Jetzt ist es zu früh. Viele Bugs sollten behoben werden, visuelle Anpassungen, eigentlich alles wurde mal so ein bisschen weiter optimiert. Hörte sich richtig gut an und 30 Gigabyte, das ist ja schon eine Ansage. Das habe ich schon wieder vergessen. Was sind an den Kisten hier drin? Das war eine wichtige Anpassung. Okay, ich komme zu dem Punkt. Ich brauche dich zu finden, Malcolm Rhoades. Er ist die Vorbereitung der Kamden Council. Ich habe diese Anpassung auf seiner Seite geschrieben. Er sagt, dass er meine Anpassung auf ein paar Beispiele verabschiedet hat. Aber für den Ausgleichen von Kamden Council zu verabschieden. Ein Diary, ein Kalender, das kinder Ding. Wenn du diese Anpassung bekommen kannst, oder etwas, das mir hilft, dass ich durch den Geräusch kümmern kann, oder glücklich das Anpassung auf eurem Aufmerksamkeit zu verabschieden. Das klingt erstmal sehr trocken jetzt. Jetzt, wir sind ja, ich muss mich erstmal selbst so ein bisschen zurück erinnern. Wir sind ja auf der Suche, oder am Sammeln dieser Unterschriften. Aber ich weiß nicht mehr, was er jetzt genau für eine Rolle spielt. Und warum und so. Na, das muss ich mir erstmal wieder erarbeiten. Wo geht's denn hin? Den U-Bahnhof. Ah, das spinnt ja manchmal so mit den Questmarkern, ne? Ich hoffe, das stimmt jetzt auch hier. Das mit diesen Bezirken, finde ich, das nervt manchmal. Wenn du diese überschreiten musst. Immer wenn die Quests darüber hinaus gehen, oder da hinein, wie auch immer. Weil ich weiß nicht. Ja, das ist nämlich der Ausgang aus dem Bezirk. Ah, das... Spawnst du dich hierher? Ah, ihr kennt das ja. Wir hatten das ja schon ein paar Mal mehr oft genug drüber aufgeregt. Das... Das hätte ich mir noch gewünscht, dass sie das angehen. So. Mal gucken, wo wir jetzt eigentlich hin müssen. Jetzt muss ich in der West... Ey, Mann, das ist... Äh... 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 Verstehst du? Ich verstehe, dass das nicht alles auf eine Karte gekloppt werden kann. Dass das wahrscheinlich zu viel ist. Aber... Ja, wenigstens die Schnellreisepunkte dann komplett offenlegen. Auch für die anderen Bezirke, wenn ich die Karte dann aufmache. Das wäre schon geil. Das ist ja dieses Hotel gewesen, ne? Und jetzt will er aber trotzdem... Ah, dass ich da rausgehe. Macht mich irre. Anstrengend, sag ich euch. Hier sind ein paar Unterschriften. Wie lange wir hier schon keinen... Gefühlt keinen richtigen Fortschritt mehr da durchgemacht haben. Da müssen wir rein. Ich glaube, hier ist mehr Leben hergekommen, oder? Oder irre ich mich? Mir ist irgendwie so, als wir das letzte Mal hier waren... Dass hier keiner... Keiner rumgelaufen ist. Bam, 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 bam. So, wir haben übrigens fast... Also, wir haben jetzt Stufe 39. Huh, hallo. So, mit 40 geht's ja richtig los hier. Zwecks, äh, neue coole Skills. Wir konnten jetzt aber schon den Waffen da rausbauen. Was kannst du tun? Was kannst du tun? Du kannst den verdammten Job machen, den ich dich geholfen habe. Wenn du daierst, zeig dir dein Gesicht wiederum zeigen. Was ist das Schmerz? Oh, es ist... Es ist du. Ja? Wer will wissen? Wilma Techno. Ich sehe. Ich entschuldige, dass ich blut sein. Ich bin ein unpopulärer Mann in bestimmten Zirkeln. Ich glaube nicht, dass wir uns haben. Der Name ist Malcolm Rhodes. Was kann ich dir helfen? Ich bin ein Amateurhistoriker und möchte eine Geschichte von Camden schreiben. Was natürlich unmöglich wäre, ohne sie zu erwähnen. Okay. Ah, okay, okay. Hm. Was machen wir? Interessant. Nur die Fakten. Ich bin unparteiisch. Hm. Well, sorry to be abrupt, but I don't think I'll be able to help. I'm terribly busy. Best of luck with your work. Ah, kacke. Ach guck mal, der hat hier ein Zimmer. Guck mal, die darf ich aufbrechen? Das ist okay, oder was? Ah, fuck. Das stört jetzt keinen, oder was? Okay. Das hat sich auch direkt gelohnt. Was, Hundebett? Hundebett. Geh raus, bis es außerhalb der Wälder ist. Sehe, wie die anderen halbe leben. Kack. Egal. Aua. Ich bringe mich alle ums Meer. Egal. Warte jetzt. Ah, okay. Jetzt kommt einer und will sie mit bekloppen oder mir was wegnehmen. Ich bin nicht hier reingekommen. Ich lebe in Angst, weil du, dass du Menschen mit Gehäuse zu tun kannst. Ist das dann auch gleichzeitig eine Bar? Finde ich hier noch, äh, einen Bierdeckel? Ne, ne? Das müssen immer diese als Pub gekennzeichneten Beute sein. Ja, das war doch gut. Also auch wenn es jetzt ultra stumpf war. Warum steht hier alle auf? Gibt es ein Problem? Nö. Alles fein, ne? Alles fein. So, wir müssen zurück. Buckingham Palace. Linkern? Hatten wir schon mal, ne? So, und jetzt würde ich gerne direkt nach Kempten knallen wieder. Da. Ah, es geht. Tatsache, warum das jetzt so angeordnet ist. Na gut. Egal. Ich glaube, hätte ich die jetzt umgelegt, jetzt wieder irgendwie hergegeben, ne? Also mein Karma-System ist mir hier richtig rille. Davon habe ich irgendwie... Habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass sich das irgendwie auswirkt. So, dann kriege ich jetzt meine Unterschrift. Und dann fehlt noch ein Bezirk, glaube ich. Das hat übrigens die, äh, diese Folge heißt Ladezeiten, ja? Ne, kann ich nicht nennen, das ist nicht gut. Davor hatten wir zu Anfang zu viel krasse. Oh Gott, wie lange man gewartet hat. Du bist zurück. Wie geht's? Dokumente, Digga. Lass mich mal schauen. Wie hast du diese geklaut? Oh, ich werde sagen, dass ich das nicht hörte. Okay. Oh! 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 Hier ist mein Entschrift. Ich kann dir nicht genug bedanken, was du für mich getan hast. Ja, sehr gern! Pistols Endorsement hinzugefügt. Und 500 Tickets. Das ist schon schön. Ich frage mich nur, wann die Stelle kommt, wo wir die dann sinnvoll ausgeben können. So, ich muss jetzt nicht zurück zu Alice. Let's write. Mit Middleton sprechen. Das hier nochmal was anderes. Ease LinkedIn haben wir auch noch. Also müssen wir doch nochmal zu Alice. Ey, ich hab das nicht mehr leider ganz beieinander, ne. Wer da für wen arbeitet und wer da jetzt was ist. Oh! Das sind immer so die Sachen, die... Die möchte mein Gehirn in keinem spielen. Ja, Stefan, du gehst in so'n Club und musst dir den ganzen Abend das gleiche Gebumse anhören. Wenn ich... Wie läuft der nicht an Rett? Aber hier sollen mit dem Update auch neue Songs reingekommen sein. Die wir uns ja nicht anhören können. Zwecks Sichtbarkeit des Videos. Aber... Es passiert. Warn Alice. Na, er hat's ausgezeichnet. Wirklich? Das ist wunderschön. Es hat Jahre seit John gewählt, jemanden zu sponsorieren. Wie hast du das? Was ein Relief. Ich habe immer behauptet, dass er in der ganzen Welt war. Ich nehme, das bedeutet, dass er dann in Camden bleibt. Ich kann dir nicht sagen, wie glücklich das mich macht. Na, er ist in Ordnung. Es ist meine Honour zu formally willkommen dich zu den Pistols. Hier sind die Gehe zu Ihren Platz. Du solltest es erfüllen. Wenn du nötig hast, dann kannst du es auf den Camden Markt gefunden. Es ist um dich zu finden, wie man sich in Camden zu finden. Ja. Die Pistols provide housing to all members. Deine ist ein schönes. Ich war da selbst. Okay. Um... Ich wollte nur Hallo sagen. Warum ist sie jetzt immer noch markiert? Aber jetzt darf ich hier einkaufen, oder? Kann ich dir helfen? Take a look! Take a look! Oh yes. Aluminiumlieferung. Eieieiei. Wollen wir mal ein paar Tickets auf den Kopf hauen, oder was? Bam. Wicht ja nichts, wahr. Wicht ja nichts. Besondere Waffen sind ja immer Wände mit einem Stern markiert. Sowas werden wir hier glaube ich nicht finden. Oh guck mal, er hat eine Ladung Schrauben. Sie meine ich. Aber die brauchen wir jetzt nicht mehr, denn ich glaube der Patch hat mein Problem gefixt, dass ich angeblich keine Schrauben zu Hause habe. Ja, die Zeiten sind wohl vorbei. Wir werden da jetzt über 170 Stück angezeigt, so wie es sich hier hört. Ah, warum seid ihr dann aber alle so? Aber kann er einfach durchlaufen? So. Ja, komisch. Also hat sich jetzt nicht so richtig weit getan. Ob jetzt erstmal ein bisschen Zeit vergeben muss? Muss ich erstmal eine Wohnung aufsuchen? Mach alles sein. Lasst uns mal die Quest Black machen. Auch wenn ich da jetzt... Das ist von den Vagabunden noch übrig. Das war in London pur. Ja, das ist jetzt irgendwie eine Quest. Ich habe ja nebenbei diese ganzen... Die wollten ja auch wieder tausende Leute getötet haben. Das habe ich nebenbei immer so gemacht. Jetzt geht es aber hier diesen Erzfeind von... ...dem Anführer niederzustrecken. Guck mal, wie er heißt. Gaunt. Genau. Und da ist irgendwie ein Zug, der will sich aus London verpissen. Und diesen Zug, den sollen wir stoppen. Und das ist natürlich genau bei dem Hauptquartier... ...vom Syndicate. Syndicate. Mal gucken. Wir reisen mal einfach stumpf hin. Lassen uns verstrahlen. Wie oft ich hier schon war. Boah. Optimale Einstellung. Mager Milch. Da haben sie auch ein bisschen rum gemacht. meine Güte ey. Alssuch ich nochmal. Ruhh weh Weh Weh. Ein bisschen drüber. Ach man ey. doch kosten und drehen leute ganz ruhig das ist aber nicht geil es sieht es sieht doch anders besser aus also irgendwie sind die sachen detail reise reicher oder zumindest schärfer irgendwie steht zucker wie viele schüsse hat sie denn hallo warum soll ich denn jetzt wieder rausgehen vielleicht können wir ja mit den fahrstühlen noch waren also sorry jetpfeife droge neu alles nur verlappen hier das finde ich auch noch ein bisschen komisch dass die sachen sich wieder auf hier können wir doch nicht gewesen sein ich werde der mächtigste ticketbesitzer überhaupt es ist schon wie seine kleine spuren sollen wir durch ich sehe jetzt nicht wie gut das ist wir gucken mal hoch ist nicht richtig der andere wollte runterfahren der andere aufzug ja 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 hier war mal ja guck mal ich erinnere schenk kriegt ihr aber wieder neue gegenstände in die taschen gleich mal da freue ich mich drauf wenn wir irgendwann mal eine waffe haben die bolzen verschießt in der form darf die gäste nicht rausziehen das letzte ist ja auch schon drin auf jeden Fall nicht dumm hierher zu kommen ich habe das gefühlt das hilft jetzt nicht so richtig hier aber das ging nicht die man merkt immer gleich wenn die mit anderen kaliber schießen spürt man wieder direkt red gebraten und safran-eis so gut die erdbeere nehme ich mit wie wird nun Das war doch eine gute Entscheidung. Stelle dich, Thomas Black. Das sollte ja wohl möglich sein. Unser Crit ist fast aufgeladen. Unsere Schrotflinte ist jetzt am Maximum. Some people just need a slap, don't they, mate? Pin them down! Fuck you, shit! Ah! Schon gerecht. Oh, sorry guys. Oh, wie kann das daneben gehen? Faunfeder? Oh, das hier? Ah, das ist Blechmittel. Okay. Cthulhu! Oh! 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 Oh, oh! Das sind wir. Warum sitzt er denn hier? Weil er hat mich hierher gerufen. Das ist auch gut. Einfach mal umzumachen. Ich habe keine Ahnung, wie ich es benutze. Ich habe keine Ahnung, wie ich es benutze. Aber Black ist in seiner Arbeit in Canary Wall. Der Train geht dort, in fact. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe hier ein kleines Signal, um die Syndicate zu erzählen, um es zu tun, als wir ein kleines Mädchen haben. Ich bin Angst, dass die Lachen zurückgegangen sind. Es ist Gabriel's fault, wirklich. Er hat mir gesagt. Geh ein richtiges Oath, dass, wenn etwas mit ihm passieren würde, dass ich seinen Mann, Sebastian zu halten. Also, wenn Black killed Gabriel und mir gesagt hat, dass er ein Informer zu werden, oder dass er auch ein Sebastian zu schlauert, was war ich heute? Der Basterd hat mir gebeten. Nur um das zu schlauern. Ich bin fast glücklich, dass er meine Augen rauskommt, damit ich mich nicht in der Nähe zu schlauern. Ich habe jetzt seit zehn Jahren gearbeitet, um die Syndicate zu schlauern, um die Syndicate zu schlauern, um gegen Sebastian's mehr aggressiven Plan zu schlauern. Sebastian hat keine Ahnung. Ich wünschte, dass es nicht wahr ist. Das ist, dass ich die Vagabond unter dem Radar gehalten habe. Das ist, dass er sich in der Nähe zu schlauern, um die Syndicate zu schlauern. Es ist nur, dass wir klein sind, dass wir die Syndicate zu schlauern haben. Ich wusste, dass du besonders bist, als die Jäsen hast dich gebracht. Aber ich glaube, dass du so viel verletzt hast, dass du so viel verletzt hast. Du hast du Erfolg nach Erfolg nach Erfolg für die Gegend. Ich weiß, dass du nicht alle glücklich gemacht hast. Du hast sicherlich gemacht Sebastian bälder. Der Basterde denkt, dass er die Vagabond hat, dass er die Vagabond hat, ohne Herausforderung zu schlauern. Es ist verrückt. Er hat keine Ahnung, wie großartig ist. Der Basterde denkt, dass er die Vagabond hat. Also, wir kommen zu diesem. Sebastian ist seine eigene Gegenwart. Der größte Schlauern ist für seine eigene Gegenwart. Was soll ich machen? Schau dir hinter ihm und lass ihn sich getötet. Denken alle Vagabond mit ihm. Oder etwas anderes. Dann schau dir? Der Basterde bringt ja nichts bedenkt. Dann schau dir die Vagabond in die Menge! Schau dir Barthel ist kein Wundschlinder schlauern. Aber er versteht, wie der Welt der Basterde ist. Er, das zeigt sich wie der Basterde gibt. Da, das nennt 놓chen. Aber er versteht, wie der world schlecht ist. Er sorgt mir jetzt und es gibt dir einen Anbieter. Dann schaue ich dir jetzt. Der Basterde bringt ja ihn mit ihm. Oah ... Auf, das wird ihn trotzdem erwärmt. Aber er wird sorgt und schlugvoll. Aber er wird langsam und schlugvoll. die ganzen für die anderen die ganze zeit die arbeit gemacht ich finde das syndicat grundsätzlich irgendwie nicht so richtig geil er ist ein waffenstillstand wieder okay aber peace between the vagabonds sind ja also wenn denn ist es so dann legen wir den oben und dann ist es auch gut okay okay ja bevor ich mich da verletze nach oben ist das hier einfach nur schrott okay ist netz jetzt bei mir irgendwie hast du grad mit mir gerannt hier muss ich nur kurz schnüffeln schnüffel schnüffel gibt es nämlich zucker und elektro hat platten auch entschuldigen sie sind gleich wieder weg ich will nicht wieder stören der save reistet jetzt nicht raus wir sind auf dem guten weg zu 40 ich freue mich drauf dann können wir nämlich unseren einsamen wanderer perk ausbauen der war vor 25 prozent mehr schaden klassiker an dem video spielen oder die gute alte t-pose so hier haben wir schon mal alle umgelegt jetzt alle wieder da das erste mal dass wir jetzt hier reingehen oh ja ein zentrum für finanzhandel aber es war mehr als nur das es war wie ein zentrum um Geld zu selbst Billionen fliehen in und aus jeden Tag Businesses Häuschen Leben 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 Tickets, Pounds, Shares, Equi, Cash, whatever you call it, it all has the same power. The power to own people's very souls. So I got Nelson so thoroughly. I could have just controlled him with threats, intimidation, blackmail, all effective enough mechanisms. But I wanted more. So I paid him. Not even very much. But he was a traitor and I paid him for it. And that very knowledge ate away at his soul. The guilt consumed him so utterly, that he became my pliant puppet. That's monstrous. Yeah, so... He has just blown up. Good. I hope you do. But it doesn't work on everyone. Some people have desires that go far beyond money. Young Gaunt for instance. I would never have a hope and I get the impression you're not so easily swayed either. What's your fare? Wayfarer. Enough tickets and I'll do everything. I'll do what my best friend is. Okay. 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 What's interesting. I have a proposition for you. You've been a nuisance to me. No two ways about it. You've been very bad for business. But you've made a lot of openings too. And I need to fill them. Simple fact is I need people like you. You join up with me and perhaps we can both profit greatly. Nicht nur in Cache, natürlich, sondern Power, Prestige, Kontrolle, und vielleicht noch mehr. Intrigue. Sag mir mehr. Der echte Feind. Ja, ich sehe, worauf du hast. Du hörst den Namen Smythe. Das lässt mich nicht verabschieden, die ich sehe. Aber was möchtest du, dass wir tun? Aufhören, genau, an die Google zu gehen, der Waffenstillstand. Das ist sehr interessant. Du sprachst mit meinem Herz, Wayfarer. In einer Weise, keine andere als vorher. Aber es gibt einen... ...inträchtigsten Obstacle dazu. Nelson, du sagst ihn. Es ist Gorn's. Er wird niemals auf ein Verbrechen. Precisely. Also, was du tun? Bist du Sebastian Gorn? Ah. Wann sehen wir den Mannen? Der Mannen wird sich verabschiedet. Der Mannen wird sich verabschiedet. Ein Weg oder ein anderer. Die einzige Frage hier ist, wie? Ich werde dir meine Meinung nach. Wenn das... ...weil zu arbeiten, dann die Vagabonds brauchen eine Veränderung der Kultur. Und eine Veränderung der Vagabonds. Und Wayfarer, du bist die einzige, die ich vertraue. Du hast die Ballen, um mir diesen Offen zu geben. Und ehrlich gesagt, du hast mich verabschiedet. Wenn ich dich nicht verabschiedet habe, dann kann ich auf der Grund, auf der Basis von Mutual Profit. Und vielleicht mehr kann man nach der Linie kommen. Aber Gaunt muss gehen. Und du musst ihn verabschieden. Und du musst ihn verabschieden, während du den resten der Vagabonds auf deinem Seite. Du fühlst das? Du musst ihn verabschieden. Boah, das ist jetzt aber scheiße, dass du wirklich nur Option hast, Gaunt zu töten oder ihn. Also, man kann ja trotzdem erstmal mit Gaunt sprechen. Ja, und dann sagen, ihr doch in Exil, oder? So, wirst du... Also, versuchen wenigstens erstmal. Ich will diese... Wilden da nicht anfühlen. Habe ich keinen Bock drauf. Echt, er ist halt Spast? Ich habe Pläne, um zu sein. Also, lass uns die Pläne aufhören. Na, na, na. Das ist tatsächlich ein Scham. Ich glaube, unser Geschäft hier ist beendet. Komm her! Die ganze Stadt sind nun Feinde des... Was? Ja, okay. Oh, der sollte da ja nicht hin. Oh, Gast. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wo stecke ich denn hier? Oh! Oh! Der Power mit Spott. Leute, wir müssen feiern abmachen. Übelst spät geworden. Da müssen wir als nächste Folge durchfighten. Dann starten wir da wieder rein. Oder steigen da ein. Wenn ich die Situation wieder erreicht habe. Bis zur nächsten Folge von Fallout London. Haut rein! Und bei mir für没有 Spaß nach wie... Auf Wiedersehen! Tschüss, was sind beim vacuna in « falaust cincoel worth�ig»? Auf Wiedersehen!